Moin Moin und herzlich Willkommen zum Start der Serie 5 und damit der Sommersaison oder in mexikanischen Verhältnissen besser ausgedrückt als der Regensaison. Wir starten erstmal mit der Übersicht auf die gesamte Serie, also die nächsten vier Wochen Forza Horizon und da gibt es ein neues Fahrzeug im Spiel, den Mini Cooper aus 1965 in der speziellen Forza Edition, ja als Elektrofahrzeug jetzt erstmals. Der Mini war ja schon immer mal ein beliebtes Forza-Editionsfahrzeug, das immer mal wieder von Playground Games in etwas anderer Abwandlung ins Spiel gebracht wurde, jetzt also als Elektrofahrzeug, man geht ja mit der Zeit, freizuschalten bei 80 Punkten. Bei 160 Punkten gibt es dann den Porsche 917 Langheck, der ist zwar durchaus schon länger im Spiel, aber ja trotzdem, wer den Wagen noch nicht hat, kann ihn jetzt auch über die Punkte freischalten. Das Thema der Serie 5, das finden wir nochmal rechts, es ist nämlich jetzt das Thema Horizon Rush und das bedeutet, es geht also um PR-Stunts in den nächsten Wochen, dagegen werden die Rennen etwas zurückgefahren, aber ich kann euch versprechen, da wartet trotzdem eine ganze Menge Spaß auf uns. Apropos Spaß, das war ja auch ein Thema bei der Horizon Weltmeisterschaft, die darf man natürlich nicht allzu ernst nehmen, aber ja grundsätzlich ist es so, dass hier noch keine Endergebnisse vorliegen, da schaut gerne nochmal in den nächsten Tagen auf dem Community-Tab vorbei, ich werde euch das Ergebnis posten, wenn es dann bekannt ist, wer am Ende gewonnen hat, wobei ich vermute, das dürfte wohl Japan sein. Ja, diese Woche gibt es den KTM Crossbow GT4 als neues Exklusivfahrzeug bei 20 Punkten, bei 40 Punkten den Pagani Sondacinque, wir schauen uns später den KTM natürlich im Detail an und starten mal hier mit den wöchentlichen Veranstaltungen. Beim Forza-Ton dreht sich diese Woche alles ums Driften mit Matt Fields Nummer 777, Formula Drift Corvette und mit dieser müsst ihr sechs Sterne bei verschiedenen oder einer Driftzone erreichen. Anschließend müsst ihr zehn ultimative Driftfähigkeiten oder E-Driftfähigkeiten sammeln und dann zu guter Letzt noch einmal mit der Corvette innerhalb von zwei Minuten 100.000 Punkte in einer oder verschiedenen Driftzonen sammeln. Übrigens, ihr müsst die Punkte einsacken, also ihr müsst die Driftzone beenden, damit die auch gezählt werden. Bleibt ihr einfach während des Zählens, wenn ihr 100.000 erreicht habt, in der Driftzone stehen, dann zählt das noch nicht als 100.000 gesammelte Punkte. Auch bei den täglichen Forza-Ton-Herausforderungen, bei denen ihr jeweils einen Punkt sowie 20 Forza-Ton-Punkte bekommt, dreht sich etwas mehr um die PR-Stunts. Zumindest, ihr seht, müsst ihr mal vorbeischauen beim Horizon Rush, einfach mal im Stadion auftauchen, der jetzt als Stuntpark umgerüstet ist oder verschiedene kleine Stuntaufgaben erledigen, um auch hier Punkte sammeln zu können. Schauen wir als nächstes in den Forza-Ton-Shop und da gibt es die Elise GT1 aus dem Jahr 1997 für 650 Forza-Ton-Punkte und den DBAT-Design Toyota Tacoma TRD Performance Truck für 400 Forza-Ton-Punkte. Den brauchen wir auch gleich nochmal in der Festival-Spielliste. Außerdem gibt es einen Rock zu kaufen und eine Hupe. Denkt daran, alles, was ihr jetzt schon hier kauft, das müsst ihr nicht mehr mit Glück im Wheelspin freischalten. Mit einem kurzen Blick auf die Horizon Arcade Veranstaltung könnt ihr diese Woche natürlich auch wieder Minispiele mit anderen absolvieren, um drei weitere Punkte zu sammeln und 60 Forza-Ton-Punkte. Das System ist ja altbekannt, aber es gibt ja auch diese Woche erneut eine Prüfung, eine der wenigen Rennveranstaltungen, bei der ihr den Gymkhana Ten Focus freischalten könnt. Teilnehmen dürft ihr hier mit einem Ford Focus in der B-Klasse. Ihr habt gesehen, einer, der ist schon da zu finden. Natürlich gehen auch andere Ford Focus, die ihr erst in die Klasse tunet und das Rennen ist eine Dirt-Renn-Serie-Veranstaltung. Also dementsprechend solltet ihr euer Fahrzeug tuningtechnisch darauf abstimmen. Schauen wir auf den großen Block an Stunt-Aufgaben, dann sehen wir 5 an der Zahl, sind diese Woche in der Festival-Spielliste. Dafür gibt es insgesamt 10 Punkte, also zwei pro erfolgreich absolvierte Aufgabe und auch teilweise hier ein paar wertvolle Fahrzeuge freizuschalten. Zum Beispiel den Lamborghini Aventador aus 2012, das ist der LP700, beim neuen Gefahrenschild Metal Bird. Da müsst ihr 92 Meter weit springen und das in einem S1-Fahrzeug in der Hypercar-Kategorie. Da ist zum Beispiel auch der Aventador selbst schon vorhanden. Als nächstes haben wir den Blitzer östliches Ressort. Auch das ist ein neuer Blitzer, der jetzt mit dem Update zur Serie 5 erstmals ins Spiel gekommen ist. Da gibt es die Drift-Corvette zu gewinnen, die ihr auch für den Forzatom braucht, falls ihr sie noch nicht habt, aber die eigentliche Aufgabe lautet erstmal, den KTM Crossbow GT4 freizuschalten, weil nur mit diesem Fahrzeug dürft ihr hier die Herausforderung meistern in der S1-Klasse und eine Geschwindigkeit von 209,2 kmh ist die Zielgeschwindigkeit. Eine Aufgabe, die ihr stattdessen sofort erledigen könnt, zumindest wenn ihr den Drift-Truck habt oder wenn ihr ihn sofort im Forzatom-Shop kauft, das ist hier die Giro Encorvado Drift-Zone und die befindet sich beim Horizon Festival. Da lautet die Herausforderung, mindestens 10.000 Drift-Zonen-Punkte zu erreichen und zwar in der S1-Klasse mit dem Toyota Tacoma Drift-Truck. Als nächstes gibt es noch eine Blitzer-Zone als Herausforderung. Die befindet sich in unmittelbarer Nähe zur eben gezeigten Drift-Zone. Hier müsst ihr eine Geschwindigkeit von 120,7 kmh in einem Classic Rally-Fahrzeug in der B-Klasse bis maximal 700 schaffen, um den hunigen Escort Group A freizuschalten. Zum Abschluss gibt es dann noch einen letzten PR-Stunt und zwar einen Wegbereiter, bei dem ihr einen Wheelspin zusätzlich freischalten könnt, wenn ihr hier vom Starttor bis ins Ziel mit einer Restzeit von 10 Sekunden fahrt. Also das ist im Prinzip die Zwei-Sterne-Herausforderung. Allerdings muss das in der A-Klasse bis 800 erledigt werden mit einem unbegrenzten Buggy. Doch für alle, die auch gerne klassische Rennen fahren, gibt es diese Woche wenigstens eine reguläre Veranstaltung und das ist eine Straßenrennserie-Meisterschaft. Die nennt sich Party-Kätzchen. Zu gewinnen gibt es hier den McLaren 27S Spider und teilnehmen dürft ihr hier mit einem Jaguar in der S1-Klasse zum Beispiel eines von diesen drei Fahrzeugen. Und dann gibt es noch eine interessante Mischung zwischen einem klassischen Rennen und ein bisschen Stunt fahren, denn ihr dürft auch im Horizon-Paradewagen unterwegs sein. Hier gibt es das grüne Pinata-Outfit zu gewinnen, das jetzt ins Spiegel gekommen ist und weitere fünf Punkte, wenn ihr mit dem Horizon-Paradewagen auf den ersten Platz kommt bei einer Rennveranstaltung, die ihr hier starten könnt. Also wer gerne eine Mischung aus PR-Stunts und klassischen Rennen fährt, der kann hier natürlich auch gerne mal beim Saisonspezial an den Start gehen. Ich finde zumindest, es macht eine Menge Spaß. Dann gibt es eine sehr umfangreiche Foto-Herausforderung. Mit dem Hashtag Party-Time gibt es die Aufgabe, fotografiere sämtliche Streckenspielzeugfahrzeuge bei der Hauptbühne des Horizon Rush Außenpostens. Also der Außenposten, denke ich mal, der ist relativ leicht zu finden. Alle Streckenspielzeugfahrzeuge, die könnt ihr euch filtern, da ist ein bisschen was zu tun, aber es gibt am Ende dafür auch zwei Punkte Belohnung und ein Horizon Rush T-Shirt. Zu guter Letzt gibt es noch den Eliminator mit einer Herausforderung. Schließe unter den Top 30 ab und es gibt natürlich auch wieder einen Monatsrivalen und das mit dem neuen KTM Crossbow GT4, wobei ihr nochmal vier Punkte für die Festival-Spielliste sammeln könnt. Neben der Festival-Spielliste schauen wir diese Woche auch nochmal in das Horizon Super 7 hinein. Auch hier gibt es ein Fahrzeug zu gewinnen und zwar den Honda Civic GRC Coupé. Wer den Wagen also noch nicht hat, kann ihn gewinnen, wenn er alle sieben Herausforderungskarten des Super 7 einmal erledigt hat. Schauen wir als nächstes auf unsere beiden wöchentlichen Exklusivfahrzeuge. Und hier kehrt eines zurück, das viele von euch sicherlich auch vom Vorgängerteil Forza Horizon 4 schon kennen dürften. Der KTM Crossbow GT4, wobei das GT4 natürlich für die Rennsportklassifizierung steht, denn dafür wird der Wagen eigentlich von KTM gebaut. Also es handelt sich hier um kein Straßenzugelassenes, sondern ein Rennstreckenfahrzeug und das ist für die Kundensportgruppe in der GT4-Klasse gedacht. Kostet knapp 140.000 Euro bei KTM und wird von einem 2 Liter großen Vierzylindermotor mit Turboaufladung und bis zu 360 PS angetrieben. Das Ganze geht von dem Heckmittelmotor aus an die Hinterachse und wird mit einem sequenziellen Sechsganggetriebe verbunden. Das reicht für erstaunlich gute Beschleunigung. In 3,9 Sekunden geht es von 0 auf 100. Über 2G Kurvenkraft kann der Wagen noch stabil leisten und darüber hinaus eine Spitzengeschwindigkeit von knapp 270 erreichen. Wenn schon die Beschreibung für ein amerikanisches Muscle Car beginnt mit Treibstoffeffizienz und Abgasvorschriften, dann wisst ihr, es kann hier nicht unbedingt ein klassischer Mustang sein. Und das ist es auch nicht, was wir hier sehen. Der 1986er Ford Mustang SVO, das dieswöchige DLC-Fahrzeug aus dem CarPass, ist eben auch kein klassischer Mustang. Denn was wir hier unter der Haube sehen, das ist nur ein 2,3 Liter großer Vierzylinder-Turbomotor, der sich doch deutlich mehr in Richtung europäischer Sportwagen und der damaligen JDM-Importe in den USA orientiert, als am klassischen Symbolbild eines V8-Mustangs. Doch versetzen wir uns in die 80er Jahre zurück, dann passt der Mustang SVO eben sehr gut in diese Ära. Damals ist man eben abgekommen von dem Trend, hubraumstarke Modelle mit viel Leistung bauen zu können. Zum einen, weil eben die Abgasvorschriften deutlich strenger wurden, zum anderen aber auch, weil die Spritpreise im Lauf der Jahre vor allem durch die Ölkrisen signifikant gestiegen sind und sich Amerikaner einfach etwas spritsparendere Modelle gewünscht haben. So kam man eben hier auf den 2,3 Liter Vierzylinder mit Turboaufladung und ein passendes Beispiel auch für diese Zeit ist auch der Buick Regal GNX, den wir ebenfalls im Spiel haben, der ja auch etwas kleiner ist vom Hubraum und dafür Turboaufladung spendiert bekommen hat. Und damit sind wir am Ende der dieswöchigen Forza-Wochen-Ausgabe angelangt. Ich wünsche dir nun viel Spaß am Zocken. Schau auch gerne mal auf dem Community-Tab vorbei, denn dort gibt es wieder die Abstimmung über das Fahrzeug der Woche und ich bedanke mich wie immer vielmals bei dir fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, mach's gut, ciao!